...tragisch ist. Das Lied heißt, der fadisch fadere mit Bluse. So ein Bluse, der hat sowas Tragisches an sich. Also, ich hoffe, es hat einen entsprechenden Fad-Trag. Man kriegt eine kleine Depression, wenn man sich das gehört. Es geht um eine wahre Geschichte, um einen jungen Mann, der war da arglos, auch wenn sie zeigen, wie er hört, denkt sie, jetzt hat er ein Wäi, dann hat er ein Wäi. Nix, kein Wäi, schon, kein Wäi. Es sind da noch so teilweise überstandige Weih da. Und ein kleines Bauernhüftchen etc. War eine schwierige Zeit. Und deswegen möchte man das Ganze jetzt auf tragische Weise zum Wäsen geben. Bitte bedenkt, dass das jetzt ein Fazit ist. Wenn ihr jetzt kein Lob erhebt, euch ein bisschen dumm schauen. Okay. Blechball, Blechball steigert und die Wollkosten zu erhoffen gewartet. Ja, also, wir sind natürlich mit dem Woll gespielt. Wir haben es mit dem Woll ausführen wollen. Ich fahre mir, glaube ich, mit dem Woll an. Pauli, der technisch hoffentlich kommt mit dem Musikalenkreis noch nichts dran. Was ist das Woll? Was muss man sagen? Einfach nicht so hören. Auf das Gym. So, Bumpa-Chaka, genau. Ich muss mein Bumpa-Chaka sehen, dass ich mein Chaka auf dem Schwerdreiter habe. Das schnarrt sich nicht. Das schnarrt sich nicht. Daß die eine und die zwei und das hat es nicht mehr, wo es geht. Also, bumm, schack, 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 schack. Das ist ein Dramatisch, das ist nicht. Das ist gar keiner. Der Pauli ist eine gute Haut, das wusste jeder Mensch. Ist doch Halt drauf? Nein? Ist doch Halt drauf? Halt weg. Halt weg. Halt weg. Halt weg. Halt weg weg. Der Pauli ist eine gute Haut, das wusste jeder Mensch. Und weil er heilert vor 20 Jahren, er landet er auch verrenscht. Bei allen Mannhöfen, Holz wie Zucht und Ackerbau. Und mit der Zeit da gespannter, ui, zwei Schwestern hat's mein Satz. Das ist der Schwagerinnenblut. Der Pauli, Schwagerinnenblut. Der Pauli, Schwagerinnenblut. So eine Schwagerinne ist aus, dann weißt du, wo's kommt's schon aus. Das ist der Schwagerinnenblut. Gut, ich lege es, gibt's ein bisschen, aber ein Refrain. Der Schwagerinnenblut, der Pauli, Schwagerinnenblut. Der Pauli, Schwagerinnenblut. Mach da weiter, bis sie noch drin ist. Reicht. Wir wollen ja, wenn wir hin sein. Aufrufen. Bis drin. Wenn du es noch mal herkamen, da komm die Sache noch. Doch zunächst tun die Schwagerinnen alle zu kaum. Was des bedeutet, kann man bloß ein Pilger missverstehen. Die Schwagerinnen denken sie, so schwanger ist so schön. Das ist die Schwagerinnenblut. Ein bisschen brav. Der Pauli, Schwagerinnenblut. So ein Schwagerinnen, wenn's so ist. Dann weißt du, was ganz ja da ist, das ist der Schwagerinnenblut. Selbst die Felix, die im Anze geht mir so gut, weil du pflanzt. Und ab und zu, da braucht's ja mal ein Männer-Sappverstand. Die Schwagerinnen-Song, da braucht man nicht verzwungen. Und tausendmal, was ach, da meist man mal ein Pauli-Kopf, der Schwagerinnenblut. Wo ist noch keiner? Der Pauli-Spargerinnenblut. Der Spargerinnenblut, der Spargerinnenblut, so weißt du, was ganz ja da ist, das ist der Spargerinnenblut. Das ist der Spargerinnenblut. Das war die 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 Spargerinnenblut. Das ist der Spargerinnenblut. Das ist der Spargerinnenblut. Das war die Spargerinnenblut. Das war die Spargerinnenblut. Das ist der Spargerinnenblut. Das war die Spargerinblut. Das war die Spargerinnenblut. Das war die Spargerinnenblut. So eine Spargerin, wenn sie es hat, dann weiß man das Ganze ja das, es ist eine Spargerinnenblut. Ui, da kommt die Tür schon weg. Aber ich dich reißen, so ist es so stumpf, die Kerl hat er mal gericht. Und wo es doch so ein Boni ist, der Öl, dann geht man nicht dich. Ich gebe nicht rückwärts weiter mit dem Pullo, doch kein Problem, das weiß man heute, dann hat er wieder gesagt, Es ist eine Spargerinnenblut, das war die Spargerinnenblut. So eine Spargerin, wenn sie es muss, dann weiß man das ganz schön aus, es ist eine Spargerinnenblut. Wo sind wir mit der Katze, wenn wir mit und ab und ab und ab, weil keiner da ist, der lässt wir mit Kater legen. Das vollt uns so einer ein, der drückt uns nebenbei, der lässt sich kratzen und macht Katzenklos und scheiße breit. Das ist eine Spargerin, dieIA. Da war die Spargerinnenblut. Der Spargerin, wenn sie es hat, dann weiß man das Ganze ja das, es ist eine Spargerinnenblut. Ich will was gehen, mein Gott, ein ganz anderes Blut. Am Paul sein Haar ist dann noch ein paar andere kompletieren, weil Daniel und die Schwiegermutter auch noch mitregieren. Und nicht vergessen wir mal am Bär sein Monika, weil wenn der Paul im Plätzchen bocht, steht mit der Pupperschüssel da. Das ist der Sparger in den Blut. Da war die Sparger in den Blut. So ein Sparger in den Blut, da muss man ganz heraus, das ist der Sparger in den Blut. Ein Urwurm, der dauernd wird klutschen. Man fragt sich auf dem Pauli einmal, was du kämpfst mit rein, beim Petrus an der Himmelsführung singst der viel Weiberein. Doch heißen wird's doch schon, denn Pauli bleibt noch da, bei dem die Hauptverweiber bist du eh erst schon sein Mon. Das ist der Sparger in den Blut. Da war die Sparger in den Blut. So ein Sparger in den Blut, so ein Sparger in den Blut. Das ist der Sparger in den Blut. Der letzte Teil in den Skirn ist der Sparger in den Blut. Da darfst du mitsingen. Zum Schluss, da gibt's noch was zum Herrn, wo's Weiberein Rind. Zum Schluss, da gibt's noch was zum Hören, wo's Feuerbühel all rinnt. Die Karin hält uns gar kein bisschen, wo wir liefern sind. Die kommen nicht zu ihm mit Geld, sie schreiben, dass jeder versteht. Der Paul ist der beste Schwanger auf der ganzen Welt. Da war ein Schwanger in der Tür. Vor Staudel, jetzt los, da ist das ganze neuste Fahrrad in den Wind. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Jungen, 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 jungen! Was jetzt ein lieber, aber eine junge Gruppe, frisch dem Ei entschlüpft. Wir haben ja noch nichts weiter auf der zweiten Song gleich aus dem Jammel. Ich bedanke mich für deine Aktivitäten während der Sparda-Jahre. Ich bedanke mich jetzt, dass wir in der Repression wieder auferstehen, wie du jetzt aus der Asche mit der Musik. Wo spielen wir? Wo singen wir? Ist mir wurscht? Das ist eine Beziehung. Und da ist es ein Beziehung. Vielen Dank.